Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren arbeitsrechtlichen Video. Heute wird es mal wieder richtig arbeitsrechtlich, eure Vorfreude ist also nicht unberechtigt. Der Betriebsübergang gemäß 613a BGB ist eine Durchbrechung des Grundsatzes der Relativität der Schuldverhältnisse. Als wesentliche Rechtsfolge sieht er nämlich vor, dass ein neuer Arbeitgeber anstelle des alten Arbeitgebers in ein bestehendes Arbeitsverhältnis eintritt. Zuletzt wurde der Betriebsübergang im Dezember 2019 im Hamburger Examen abgeprüft. Die Herausforderung für Examenskandidaten liegt im Wesentlichen in der Definition der unbestimmten Tatbestandsmerkmale des 613a und einer sauberen Subsumption. In diesem Video beschäftigen wir uns erst mit den Voraussetzungen des Betriebsübergangs und dann mit den examensrelevanten Rechtsfolgen. Ausgangspunkt für die Prüfung ist der Wortlaut des 613a Absatz 1 Satz 1 BGB. Welche Voraussetzungen können wir diesem Satz entnehmen? Erstens Betrieb oder Betriebsteil, zweitens Übergang auf einen anderen Rechtsträger und drittens durch Rechtsgeschäft. Die vierte und komplizierteste Voraussetzung ist im Wortlaut leider nicht angelegt. Der Übergang muss auch Identitätswahn vonstatten gehen. Soweit erlaubt, kann es sich hier lohnen, eine passende Passage, zum Beispiel Inhaber übergeht, zu unterstreichen, um sich daran zu erinnern, dass es um einen Identitätswahnübergang gehen muss. Die ersten drei Voraussetzungen sind schnell abgehandelt. Ein Betrieb oder Betriebsteil ist die wirtschaftliche Einheit im Sinne einer organisierten Zusammenfassung von Ressourcen zur Verfolgung einer wirtschaftlichen Haupt- oder Nebentätigkeit. Wer bereits einigermaßen fit im Arbeitsrecht ist, wird bemerken, dass das nicht der deutsche Betriebsbegriff ist, den wir im zweiten Video zur ordentlichen Kündigung bereits erwähnt haben. Der Begriff stammt stattdessen aus Artikel 1 Absatz 1 Lit B der Betriebsübergangsrichtlinie. Es wäre zu schön gewesen, wenn der deutsche Gesetzgeber die Legaldefinition ebenfalls ins BGB übernommen hätte. Hier hilft also nur auswendig lernen. Im Zweifelsfall sollte man bei der Definition auch improvisieren können. Ob ein Betrieb vorliegt oder nicht, wird regelmäßig nicht das Hauptproblem einer Examensklausur sein. Zweite Voraussetzung, Übergang auf einen neuen Rechtsträger. Der Betriebsübergang setzt hier einen echten Asset-Deal voraus. Besteht dann also beim Share-Deal eine Schutzlücke? Nein. Beim Share-Deal wechselt nur der Inhaber der Arbeitgebergesellschaft. Die Arbeitsverhältnisse zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgebergesellschaft bleiben davon unberührt. Besonderer Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist hier nicht erforderlich. Jetzt die dritte Voraussetzung, Übergang durch Rechtsgeschäft. Rechtsgeschäft sollte weit ausgelegt werden, um keine Umgehungsmöglichkeiten durch besondere vertragliche Gestaltungen zu erlauben. Abgrenzen soll das Tatbestandsmerkmal zum Übergang Kraftgesetzes. Ein Erbfall nach 1992 Absatz 1 BGB löst also keinen Betriebsübergang aus. Die Universalsukzession führt aber aus individualarbeitsrechtlicher Perspektive zu den gleichen Rechtsfolgen wie der Betriebsübergang, weil der Erbe ohnehin in alle Rechte und Pflichten des Erblassers eintritt. Kleiner Exkurs, das gilt aber nur für den Erben eines Arbeitgebers. Beim Tod eines Arbeitnehmers findet wegen 613 BGB kein Eintritt des Erben ins Arbeitsverhältnis statt. Jetzt zur vierten und kompliziertesten Voraussetzung, dem Identitätswarnenübergang. Ein Betriebsübergang findet nur statt, wenn der Erwerber den Betrieb im Wesentlichen unverändert weiterführt. Um das zu beurteilen, muss eine, Achtung Buzzword, typologische Gesamtbetrachtung vorgenommen werden. Der EuGH hat dazu einen Katalog entwickelt, der sieben Kriterien umfasst. Diese lauten 1. Die Art des übernommenen Betriebs, produzierendes Gewerbe oder Dienstleister zum Beispiel. 2. Der Übergang materieller Betriebsmittel. 3. Die Übernahme immaterieller Betriebsmittel inklusive Know-how. 4. Die Ähnlichkeit mit der vorherigen Betriebstätigkeit. 5. Die freiwillige Weiterbeschäftigung der Hauptbelegschaft. 6. Die Übernahme des Kundenstamms und der Lieferantenbeziehungen. 7. Die Dauer einer eventuellen Unterbrechung der Betriebstätigkeit. Nachdem ihr alle Informationen aus dem Sachverhalt in den Sieben-Punkte-Katalog eingeordnet habt, müsst ihr eine Gesamtabwägung anstellen. Je nach Unternehmenstätigkeit und Arbeitsmethoden haben die Kriterien ein unterschiedliches Gewicht. Bei einem industriellen Produktionsbetrieb sind etwa materielle Betriebsmittel wichtiger als bei einer Werbeagentur. Würde zum Beispiel hier an der Law School ein neues Unternehmen die Gebäudereinigung übernehmen und dazu 6 von 10 Mitarbeiterinnen, die Schichtleiterin, Putzwagen und Maschinen übernehmen und nach dem gleichen Putzplan die gleichen Bereiche reinigen, dann läge wohl ein Betriebsübergang vor. Würden stattdessen nur zwei Aushilfen übernommen und wäre das neue Unternehmen nur noch für die Reinigung der Holzböden zuständig, brächte eigene Maschinen und Material mit und arbeitete nach einem eigenen Reinigungsplan, würde man nicht von einem Identitätswarnenübergang sprechen. Ihr seht, man kann zu diesem Tatbestandsmerkmal eine ganze Menge auswendig lernen. Mit ein bisschen Mut und klausurtaktischem Gespür lässt sich die Definition von Identitätswarn aber auch bewerkstelligen, wenn man sich nicht an alle der genannten Punkte erinnert. Wichtig ist in jedem Fall, dass überhaupt ein Maßstab gebildet wird. Denn der Maßstab unterscheidet Jura vom Besinnungsaufsatz. Wenn man sich nicht mehr an alle Kriterien erinnert, bietet es sich aber an, den Maßstab schlicht so zu bilden, dass man alle im Sachverhalt enthaltenen Informationen darunter subsumieren kann. Spricht der Sachverhalt zum Beispiel davon, dass zwar alle Lieferanten beibehalten worden sind, aber neue Maschinen gekauft wurden, ist das ein Hinweis darauf, dass die Übernahme materieller Betriebsmittel und bisheriger Vertragsbeziehungen in den Maßstab gehören. Wissenschaftlich ist dieses Vorgehen natürlich nicht. Als Notlösung kann man aber in der Klausur auch so einen zumindest vertretbaren Maßstab bilden. Wenn man da nicht mehr weiter weiß, gilt also, abstrahiere den Sachverhalt und du hast einen Maßstab. Das hilft übrigens nicht nur im Arbeitsrecht. Damit sind wir durch mit den Voraussetzungen und wollen uns jetzt noch kurz mit den Rechtsfolgen des Betriebsübergangs beschäftigen. Wichtigste Rechtsfolge ist der Übergang des Arbeitsverhältnisses gemäß 613a Absatz 1 Satz 1 BGB. Der Übergang aller Rechte und Pflichten meint auch, dass sich der neue Arbeitgeber frühere Beschäftigungszeiten oder auch die Kenntnis des alten Arbeitgebers bezüglich bestimmter Umstände zurechnen lassen muss. Zweite relevante Rechtsfolge ist das Kündigungsverbot in 613a Absatz 4 BGB. Unwirksam ist die Kündigung wegen eines Betriebsübergangs. Der Betriebsübergang muss gemäß Satz 1 die überwiegende Ursache der Kündigung sein. Hier muss in der Klausur der Sachverhalt ausgeschlachtet werden. Gemäß Satz 2 bleibt aber eine Kündigung aus anderen Gründen unberührt. Dazu zielen insbesondere nachgelagerte betriebsbedingte Kündigungen durch den neuen Arbeitgeber oder vorbereitende Kündigungen, um den Betrieb für die Transaktion schlank zu machen. Das Kündigungsverbot wird entsprechend angewandt auf Befristungen und Aufwirkungsverträge. Jetzt sind wir auch durch mit den Rechtsfolgen. Weiter ins Detail müssen wir hier für die Pflichtfachklausuren nicht gehen. Was solltet ihr also mitnehmen? Es gibt neben den drei Voraussetzungen in der Norm noch den Identitätswahn in Übergang als vierte Voraussetzung. Ob die Identität gewahrt bleibt, prüft ihr im Idealfall anhand der sieben Kriterien des EuGH. Liegt ein Betriebsübergang vor, dann tritt der Erwerber als neuer Arbeitgeber in die Arbeitsverhältnisse ein und wird wirklich genauso behandelt, wie der alte Arbeitgeber auch behandelt worden wäre. Kündigungen, Befristungen und Aufwirkungsverträge wegen des Betriebsübergangs sind verboten. Durch vorbereitende oder nachlaufende Maßnahmen lässt sich dieses Verbot aber doch unter Umständen umgehen. Das war also unser Video zum Betriebsübergang. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.